Willkommen zurück liebe Leute zu Luigi's Mansion. Wir sind hier immer noch in diesem Stockwerk von dem Professor und können jetzt hier, ich weiß gar nicht, was fehlt uns denn hier noch? Zwei Juwelen und an den einen kommen wir ja jetzt gerade aktuell nicht dran, der ist da oben, links, aber dann fehlt uns immer noch einer. Also ich weiß jetzt zur Zeit auch nicht, wo die jetzt alle sein sollen. Es sind so Fragen über Fragen, die sich mir da immer wieder stellen, aber ich wollte ja beim Professor was kaufen, deswegen. Sind wir ja wieder hier. Genau. So, hat er dann auf der Karte gefunden. Finde ich ganz nice, das Ding. Und ein Goldknochen. Und ein Buhu, oh. Zwei Stück mit dem Shop-Vorrat. Ah, wobei, da verlasse ich mich jetzt erstmal auf mich selber. Und wieder raus. Könnte hier irgendwo Luigi irgendwas machen? Nein. Da ist Wasser. Da kommt er nicht durch. Und da ist nur die Maus. Ah, die Maus, ich weiß nicht. Vielleicht kriegt er die Maus ja doch so raus. Moment. Aha. Da haben wir ihn. Dann fehlt uns jetzt nur noch einer hier auf der Etage. Das war jetzt schneller gedacht als erwartet. So, dann gehen wir mal in den nächsten Stock, wo wir hin könnten. Muss ich gerade selber überlegen, wo das sein könnte. Konzertbereich, Spukschloss, VIP-Zimmer, dann gehen wir ins Spukschloss. Etage 6, ja. Ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis. Ein Schwert. Das war knapp. Das hätte auch böse enden können. Und schon ist es weg, ne? Ah, so klingt was kaputt. Nein. Nein. Weg mit dir. Wah. Nein. War mir jetzt das Geld wichtiger. Da kann ich nichts machen, okay. Na, komm her, liebe Friedermaus. Na, und? Ja. Das ist noch weg und... Ne, das war noch nicht alles. Da oben ist noch was. Ne, komm hier nicht ran. Und das krieg ich auch nicht kaputt. Wunderbar, dann haben wir ja alles. Ah, das ist, glaube ich, hier aus der Demo. Das scheint aus der Demo zu sein, ja. Ja, krieg ich das runter oder nicht? Ne, krieg ich nicht runter. Da komm ich nicht lang, da komm ich nicht lang. Da kann ich nur was gegen schütteln. Ernsthaft, ich bin auf einer Banane ausgerutscht. Oh, Luigi, was machst du denn? So, hier muss ich mir den Gu Luigi... Gu Luigi... Luigi... Ah, komm. Komm ich da mit dem Gu Luigi lang? Ja, damit komm ich mit dem lang. Geil. Schönes Ding, schönes Ding. Was habe ich jetzt hier noch? Na, komm. Wieso kriege ich die Münze nicht? Danke. Ja. Gut. Gut. Und die Ratten sammeln wir alle ein. Ah, da ist noch eine. Haben wir auch noch eine Kiste? Wow. Okay, das war... Da ist die letzte Rüsterrüstung. Na, komm. Und hier machen wir die letzte kaputt. Ah, hier gibt es ein Schwert. Als Kristall. Auch nice to know. Und hier ist noch irgendwas, oder? Nein, das nix. Okay, dann... Ah, ne, alles haben wir noch nicht. Jetzt haben wir noch einen. Und gehen in die nächste Tür. Ja, hier kenne ich mich teilweise aus. Okay, kann ich da... Kann ich da irgendwas... Ne, komm ich nicht ran, ne? Okay, gut. Komme ich hier irgendwo hin? Ne, da kann ich nix machen. Ne, da kann ich echt nix... Soll ich denn da vorbeikommen? Hm. Komme ich da mit Guluigi lang? Ach, mit dem komme ich da lang. Ist klar. Warte, ich war einfach zu blöd, da lang zu gehen. Halt. Ah, das ist für die Ritterrüstung. Ist für die Ritterrüstung gewesen. Okay. So, hier haben wir noch einen Mülleimer. Bitte keine Bananen. Das ist nur eine Maus, die brauche ich jetzt nicht. Ah, jetzt bin ich in einer Demo. Jetzt bin ich auf der E3-Demo. Und schön hin und her. Hier fühle ich mich jetzt schon wieder richtig wohl. Wie gesagt, ich durfte ja dann leider nix aus der Demo in der Form zeigen. Deswegen habe ich ja in allgemein nix gezeigt. Moment. Könnte hier irgendwas sein? Ja. Ein Schalter. So. Ja. Ja, komm. Ah. Bei einer Demo hatte ich halt nicht so viel wirklich Zeit, da alles herauszufinden. Trinken ist das jetzt ganz gut. Also es ist nicht hier 100% in dem Bereich, aber... Das ist schon mal nicht gerade unbekannt. Okay. Und da waren es auch andere Kristalle, muss man dazu sagen. Wahrscheinlich, weil sie nicht spoilern wollten. Oh. Na, komm. Ja, schön. So. So. Na, komm. Danke. So. Und jetzt hier an der Stelle wirklich, Leute, aufpassen. Denn, ihr seht, hier passiert sowas. Kann mich an den da oben ran nehmen, ne? Mit dem können wir erstmal wieder weg. Genau das ist das Fiese an der ganzen Sache. So. Zack. Dann können wir es wegnehmen. Was ist bisher? Hm. Ah. Jetzt hab ich wieder... Ja. Jetzt hab ich es wieder auf dem Schirm. Na, komm. Ah. Wunderbar. 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 Kleiner Schabernacker, hä? Ah. Dann haben wir noch Münzen. Dann haben wir auch noch Münzen. Na, komm raus. Du bist nur in der einen Tonne. Okay. Okay. Ja, komm. So. Dann haben wir den Schlüssel. Wenn man weiß wie, dann findet man ihn auch. Wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig blind, aber... So macht man es halt normal kaputt, ne? Hallo. Ach, den gab es nicht da. Jawohl. Ne, diesmal lass ich dich nicht hinkommen. Danke. Boah. Was für ein Krampf, ne? So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Aber nein, hier ist weiter nichts. Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trout Rhein. Tschö, tschö. Tschö.